Ob Frankfurt, Hamburg oder Berlin, die deutschen Immobilienmärkte boomen. Engel & Völkers Digital Invest bietet auch privaten Anlegern die Chance, von großen Immobilienvorhaben zu profitieren. Per Crowdinvesting. Als Privatanleger können Sie bei uns schon ab 100 Euro direkt und online in konkrete Immobilienprojekte investieren. Dabei profitieren Sie von 4 bis 7 Prozent Zinsen pro Jahr und kurzen Laufzeiten, ganz ohne Kosten und Gebühren. Immobilien Crowdinvesting bedeutet, dass Sie mit Ihrem Geld und zusammen mit vielen weiteren Anlegern hochwertige Neubauvorhaben und Bestandsobjekte finanzieren. Jedes Projekt wird vorab von uns und renommierten Partnern intensiv analysiert und dann detailliert auf unserer Plattform vorgestellt. Alle angebotenen Projekte haben uns persönlich überzeugt. Daher sind wir und unsere institutionellen Partner immer zu mindestens 10 Prozent beteiligt und garantieren die Finanzierung. Und so läuft das Ganze ab. Sie investieren Ihren Wunschbetrag und zahlen die Summe bequem online auf ein Treuhandkonto. Ihre Zinsen erhalten Sie ab dem Tag des Geldeingangs. Sobald das Projekt komplett finanziert ist, wird das Darlehen dem Projektentwickler zur Verfügung gestellt. Mit dem Crowdinvesting-Kapital finanziert der Projektentwickler sein Vorhaben, beispielsweise den Neubau von Eigentumswohnungen. Für das Darlehen zahlt er am Ende jedes Quartals feste Zinsen auf das Treuhandkonto ein. Wir zahlen diese dann an unsere Anleger aus. Am Ende der Laufzeit erhalten Sie Ihr investiertes Kapital zurück. Investieren Sie Seite an Seite mit Engel & Völkers Digital Invest. Und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung mit exklusiven Immobilienprojekten. Registrieren Sie sich und werden Sie Anleger bei Engel & Völkers Digital Invest.